Hallo, hier ist wieder Lenny's Best Hamster und heute mit einem neuen Video, mit einem neuen Black Ops Guide. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr im Kuop die bestmögliche Punktestrategie für die Low Rounds machen könnt. Das heißt, von Runde 4 bis 7, so dass jeder 10.000 ungefähr hat. Also wie ihr sehen könnt, ich bin hier am Fenster und mein Kollege stellt sich hier einfach nur in den Gang und killt alle Zombies. Am besten mit einem Headshot, es gibt ja die meisten Punkte. So, und ich nehme einfach nur die zwei Fenster und muss die einfach nur zuhalten. Und das geht dann so bis Runde 8 oder 7, dann könnt ihr zum Bowie-Knife und es euch kaufen. Ist kein Problem, habt ihr so locker 10.000, aber hier solltet ihr nicht lang, weil es gibt eine High-Round-Strategie. Und ja, wenn die Tür offen ist, dann könnt ihr die nicht machen. Ja. Einfach nur hier drin chillen, ist ganz einfach. Oha. Ja. So. Also wie gesagt, er stellt sich einfach nur hier hin und killt alle Zombies von vorne. Ja, er schreibt bis 8 hier. Ja. Und ich nehme diese zwei Fenster und gut, jetzt kommen die Hunde. Weil Hunde ist ja einfach ganz einfach. Ich nehme die Hunde, die im Raum spawnen und er nimmt die, die ankommen. Aber ja, im Raum spawnen kaum welche. Ein paar Granaten werfen. Also das ist wirklich die beste, die beste Punkte-Strategie. Aber das geht auch am schnellsten, die Taktik hier. Gleich schon wieder rum, die Runde. Nachladen. Okay, ich denke mal, ich kann. Und das Wichtigste ist eigentlich, ihr müsst einen kleinen Crawler lassen. Wenn ihr hier weggeht. Also wenn ihr zu Jugger und zum Bowie-Knife lauft, dann müsst ihr einen Crawler lassen. So, dass ihr euch in Ruhe ausrüsten könnt. Granat mal hin. Ich soll die Mech-11 im Multiplayer mal ausprobieren. Haha. Ich spiele doch kaum Multiplayer. Achso, und wenn hier Atombomben liegen, die könnt ihr eigentlich liegen lassen. Na, wie da jetzt. Ah. Jetzt kannst du holen. Hol sie. Okay. Das war jetzt nicht das Beste, aber... Wir machen noch eine. Und dann könnt ihr halt, ja, Bowie-Knife und Jugger holen. Entschuldigung, Muke. Jetzt hat jeder von den 10.000. Geht voll ab. Und die MPL ist ja nicht gerade schwach. Die ist richtig gut. Ja. Oha. Wollte ich nicht so gut finden. Das ist gerade echt nicht die beste Runde, quasi. Oha. Ist's denn ernst? Oha. Ja, wie gesagt, jetzt die Runde fast um und wir rennen hier hinten jetzt hin zu Jugger, rüsten uns aus und ja. Das war's, bis zum nächsten Mal, sagt Linus für Samstar und ciao.